Kann ich mich vielleicht auch mal reinsetzen? Ich glaube, der Kollege ist gerade sowieso so gut gefährt. Ja, das ist gar kein Problem und ist ja auch so in der Sache. Lernen, beiden Spaß haben. Dann war ich aber hier. Ja, genau. Setzen Sie sich hier hin. Sie fahren dann den Kipper und dann können wir mal durch die Gegend fahren. Ich glaube, ich verliere hier gerade ganz viel Dreck, sehe ich im Rückspiegel. Dafür ist der Simulator da, um mich für sowas zu schulen. Um das zu üben. Wenn Sie vielleicht hinter sich auf den Monitor gucken, sehen Sie Ihre Position. Sie sind also sozusagen kurz vorm Umkippen. Aber auch das ist das Schöne daran. Man kann auf dem Simulator durchaus mal an seine Grenzen gehen und einfach erfahren, wie bewegt sich meine Maschine. Wie reagiert meine Maschine auf verschiedenes Tara? So, Sie sind jetzt gerade kurz vorm Umkippen gewesen, machen sich jetzt wieder gerade und dann verlieren Sie auch keinen Dreck mehr.